gegneranalyse neue rechte altes denken arnold gehlen kalter blick in die wärmestuben des liberalismus von ulrike baureitel zusammenfassung seit rund einem jahrzehnt tauchen die begrifflichkeiten arnold gehlens in den versatzkästen neurechter theorie auf der 1904 geborene und 1976 verstorbene philosoph und soziologe der seine karriere dem aufstieg der nationalsozialisten verdankte war mitglied der nsdap und in einigen ns massenorganisationen tätig wurde im entnazifizierungsverfahren allerdings nur als mitläufer eingestuft mit seinem werk der mensch seine natur und seine stellung in der welt von 1940 legte er eine konservativ grundierte und autoritär flankierte philosophische anthropologie vor die von kompromittierenden teilen bereinigt auch nach dem krieg insbesondere an die systemtheorie anschlussfähig war in den 60er jahren profilierte sich gehlen als konservativer widersacher der kritischen theorie vor allem adornos und liberaler gesellschaftstheorien wenngleich er von einigen marxistischen theoretikern durchaus geschätzt und ernst genommen wurde den menschen bestimmt gehlen als mängelwesen organisch defizitär und instinktarm aber weltoffen seine spezifische ausstattung und formbarkeit erlaubt es ihm jedoch sich zu sich selbst zu verhalten und sich reflexiv handelnd in die welt einzubringen er ist um zu überleben also zur planenden handlung gezwungen weshalb er seinen angeborenen antriebsüberschuss bändigen und kontrollieren muss hier kommen die institutionen ins spiel derer der mensch bedarf zu förderst die sprache aber auch gewohnheiten kulte und rituale die technik die die menschlichen organmängel kompensieren religion familie und nicht zuletzt der staat entlasten ihn von einem ständig auf ihm liegenden entscheidungsdruck für gehlen sind stabile institutionen und die ihnen je eigene ethik deshalb die wichtigsten ordnungsfaktoren damit das kulturwesen mensch in der welt bestehen kann in seinem 1956 verfassten werk urmensch und spätkultur formuliert er seine institutionen lehrer aus in der kampfschrift moral und hypermoral von 1969 rechnet er mit den institutionen zerstörerischen trends des humanitarismus und der moralhypertrophie ab mit der bestimmung des menschen als zuchtwesen als unbestimmtes und deshalb in führung zu nehmen dessen leistungsaufbau auf die tat ausgerichtet ist operiert gehlen mit einer semantik die ihn heute auch für rechte diskurse instrumentalisierbar machen der zucht und führungsdiskurs und der ordnungspolitische institutionen begriff in gehlens werk sind so dominierend dass sie softere etwa sprach und kunst affine theorie elemente verblassen lassen die rede vom humanitarismus und der globalen moralhypertrophie bedient die denkschablonen derer die sich heute gegen political correctness und gut menschentum stemmen ein weiterer grund für die anschlussfähigkeit des werkes gehlens ist die tatsache dass er seine theoretischen begrifflichkeiten der alltagssprache entlehnte und diese reflexiv aufbereitet wieder in den alltagsdiskurs eingespeist hat der erfolg von gehlens publikums schlager die seele im technischen zeitalter von 1957 ist zweifellos darauf zurückzuführen noch nicht so kulturkritisch gestimmt wie in späteren jahren nordet gehlen für ein breites publikum darin ein was seine philosophische anthropologie ausmacht es ist kein zufall dass eben diese begrifflichkeiten heute sozusagen abgesunkenes kulturgut als stichwortgeber für die neue rechte wieder virulent werden neurechter kutau im jahr 2000 erschien in der edition antajos eine monografie über arnold gehlen mit dem untertitel vordenker eines neuen realismus sowohl sein autor karl heinz weissmann als auch der antajos verlag heute auf dem ritter gut schnell roder ansässig waren in der rechten szene schon damals keine unbekannten der historiker weiß man schreibt seit vielen jahren für die wochenzeitung junge freiheit war mit götz kubitschek der den antajos verlag führt mit begründer des rechten think tanks institut für staatspolitik und arbeitete bis sich die politischen wege der beiden stichwortgeber der neuen rechten wieder ein stück weit trennten auch für kubitscheks rechts intellektuellen zeitschrift sezession das schmale bändchen daran lässt der autor keinen zweifel ist eine homage angehen eine art dank für die zahlreichen anregungen die der verfasser von einem der bedeutendsten denker des zwanzigsten jahrhunderts erhalten hat was aber macht das werk des 1976 verstorbenen philosophen und soziologen der zusammen mit max scheler und helmut plessner zu den begründern der philosophischen anthropologie gehört so attraktiv dass er nicht nur die bewunderung weissmanns sondern auch die vieler anderer rechter laudatoren auf sich zieht einerseits hatte christian graf von krokov gelen einst mit dem verdikt belegt in seinem werk eine nein die faschistische theorie entworfen und vollendet zu haben auf dem allerhöchsten reflexionsniveau das sie überhaupt zu erreichen vermag und der rechte vordenker armin mohler adelte ihn als meister des konservatismus andererseits war theodor w adorno obwohl er gelens berufung in heidelberg hintertrieb seinem kollegen in den 60er jahren durchaus freundschaftlich verbunden und wolfgang harich pflegte aus der ddr heraus fruchtbaren austausch mit ihm worin also besteht die theoretische unterfütterung dieses streitbaren denkers dass sie in den erwartungshorizont eines künftigen rechten aufstands eingebaut werden kann biografischer hintergrund 1904 als sohn des leipziger verlegers max gelen und dessen frau margarete geboren gehörte gelen einer generation an die als jugendliche und junge erwachsene in die verwerfungen durch den ersten weltkrieg und den demokratischen umbruch in der weimarer republik hineinwuchsen auch wenn der politische wiedergänger weiß man ihn gerne in den politischen umkreis der von mohler kreierten konservativen revolution eingemeinden würde darf man sich gelen wohl eher als einen zunächst von einem privat lehrer erzogenen begabten karrieristen vorstellen der am eliteträchtigen thomas gymnasium sein abitur absolvierte und innerhalb von vier jahren das philosophie studium mit der promotion in leipzig abschloss unter seinen lehrern war der biologe und philosoph hans driesch pazifist und demokrat dem gelen seine hinwendung zu einer materialistisch begründeten auffassung des menschen verdankte 1933 wird für gelen zum wendejahr er tritt in die nsdap ein wird assistent des ns soziologen hans freier und übernimmt nach diversen vertretungen den lehrstuhl von hans driesch den die nationalsozialisten aus dem amt gedrängt hatten daneben ist gelen im nationalsozialistischen lehrerbund und im nationalsozialistischen dozentenbund tätig mit der unterzeichnung des bekenntnisses der professoren zum nationalsozialistischen staat und seiner antrittsvorlesung der staat und die philosophie erledigt er seinen kotau vor dem ns-regime belohnt wird er dafür mit dem kant lehrstuhl in königsberg und einer professur in wien in diese zeit fällt die konzeption seines hauptwerks der mensch das auch in den theoriebestand der wehrmachtspsychologie aufgenommen wird eine geplante philosophie des nationalsozialismus beendet er nicht auch nach dem krieg verfolgt gelen seine karriere wenn auch nicht ganz bruchlos weiter nach der obligatorischen amtsenthebung aller reichsdeutschen professoren in österreich orientiert er sich auf die soziologie und findet in der französischen besatzungszone an der neu gegründeten verwaltungshochschule in speyer unterschlupf später folgt ein soziologie lehrstuhl an der rwth aachen bedeutendere professoren bleiben ihm vorenthalten weil er einigen seiner einflussreichen kollegen zu belastet erscheint im entnazifizierungsverfahren wird er als mitläufer eingestuft tatsächlich finden in seinem werk keinerlei antisemitischen ausfälle nicht richtig allerdings ist wie christian thies behauptet dass rassistische anklänge in gelens werk völlig fehlen den größten einfluss entfaltet der scharfe polemiker gelen in den 60er jahren in seiner konservativ kultur pessimistisch grundierten gegnerschaft zur studentenbewegung der mensch ein zuchtwesen der mensch heißt es einleitend in gelens hauptwerk der mensch seine natur und seine stellung in der welt sei ein ganz einmaliger sonst nicht versuchter gesamtentwurf der natur damit grenzt er sich explizit von allen anthropologischen stufen modellen insbesondere aber von max scheler ab der dem geist eine privilegierte natur entzogene position zuweist und damit den seit decart die wissenschaften umtreibenden geist leib dualismus verlängert von scheler übernimmt gelen allerdings die vorstellung dass der mensch nicht festgerückt sei wie ein tier sondern seiner umwelt weltoffen begegne zwar handele es sich um ein schutzloses bedürftiges und exponiertes wesen mit hohen existenzrisiken doch dieses mängelwesen sei durch seine plastizität und seine spezifischen anlagen und gaben in der lage diese defizite auszugleichen durch reflexive handlung die art wie er sein leben führt ist sozial vermittelt und kommunikativ hatte helmut plessner den menschen als von natur aus künstlich gekennzeichnet folgt ihm gelen in der bestimmung als instinkt reduziertes kulturwesen dessen grundbestimmung es ist zu handeln um zu überleben die welt in der der mensch lebt ist eine zweite natur die er sich schafft aber in dieser leistung wird er notwendig sein eigenes thema und er ist so beschaffen dass er immerfort an sich selbst aufgaben findet deren lösung zugleich ein fortschritt in der welt ist gelens handlungsbegriff ist aktivistisch was ihn für die rechte tat rhetorik instrumentalisierbar macht gleichzeitig ist er aber auch auf menschliche selbsttätigkeit und selbstverwirklichung ausgerichtet das dürfte auch marxistische denker wie wolfgang harich auf gelens theorie aufmerksam gemacht haben in seiner umwelt ist dieser organisch unspezialisierte und weltoffene mensch so gelen weiter indessen einer immensen reiz überflutung ausgesetzt die er bewältigen muss der ständig auf ihm lastende entscheidungsdruck gepaart mit dem menschlichen antriebsüberschuss befördert zwar eine hohe sprachlich und symbolisch vermittelte fantasierende und planende produktivität führt aber auch zu permanenter überlastung in seiner späteren intellektuellen kritik mundwerksburschen nennt er die intellektuellen wird gehen das den chronischen alarmzustand nennen deshalb bedarf es der entlastung eine der zentralen denkfiguren in gehlens werk abgesehen von der sprache und ihrer abstraktionsfähigkeit durch die der mensch in distanz zu einer konkreten situation tritt entbinden ihn kleine und große entlastungs instanzen von der zumutung auf alle reize originär oder selbsttätig reagieren zu müssen gewohnheiten rituale und kulte aber auch institutionen wie religion ehe und familie die technik und sogar die kunst voraussetzung ist dass die triebe so umgebaut werden dass die bedürfnisse nicht mehr nach unmittelbarer erfüllung streben sondern gehemmt und aufgeschoben werden können also abhängbar von den antrieben sind dadurch entsteht ein hiatus ein lehrer raum zwischen den bedürfnissen und ihrer befriedigung in dem die handlung und das sachgemäße denken raum findet die umformung von antrieben in dauer interessen asketische sehr künstlich gezüchtete verzichts akte müssen dem menschen zum bedürfnis werden die von gelen dekretierte zuchtbedürftigkeit des menschen gehört zu den kompromittierenden teilen seines hauptwerkes und er hat diese terminologie auch in der 1950 neu bearbeiteten und gekürzten fassung nicht getilgt zitat das auskristallisieren der antriebe ist ihr sich fasslich werden ihre entstehung zu wirklichen kräften des innern damit werden sie zugleich der stellungnahme ausgesetzt und material der zucht der erziehung und selbstzucht und unmissverständlich an anderer stelle heißt es der mensch ist ein zuchtwesen seine physis auch als geschlechtswesen wird ihm zur aufgabe institutionen garantinnen der stabilität die in der vorstellung des mängelwesens mensch aufscheinende negative anthropologie arnold gelens mündet in der fassung von 1940 also nicht von ungefähr in den von alfred rosenberg entlehnten zuchtbildern selbst wenn man den zeitgenössischen kontext berücksichtigt und den begriff heute vielleicht eher mit selbsterziehung übersetzen würde ist das autoritäre moment unübersehbar gelen geht es um einen handlungsleidenden führungs imperativ ein selbstbewusster wille ist in dieser kultur der zucht nicht mehr vorgesehen er übernimmt das wollen die führung zitat der mensch ist wesentlich wollend er muss sich in führung nehmen die leistung im motiv werden sie die eigentliche willenskraft ist durchaus resultat der zucht der herrschaftsgeschichte der leistungen und antriebe des menschen sie setzt voraus dass bestimmte dauerinteressen ausgebildet worden und bedürfnis geworden sind dass die völlige konzentration des bewusstseins auf die bestehenden aufgaben gelungen ist und dass eine stetige disziplin der tat in eindeutigen tätigkeiten zustande gekommen ist dieses anpassungsprogramm die ordnung des festgestellten wie gelen nietzsche zitiert hat ordnungspolitischen charakter ist gleichzeitig aber auch ausdruck der in gewohnheiten ritualen und einstellungen domestizierten triebe in denen sich wiederum der charakter des menschen ausweist wenn diese anpassungsvorgänge in ihm am intensivsten arbeiten dann erreicht seine männlichkeit ihren höchsten grad zitiert der soziologe den französischen physiologen alexis carell in selbstverständlicher gleichsetzung von mensch und man es handelt sich um eine zitat einverleibte ordnung von haltungs- und führungsregeln von angeeigneten fast bewusstlos gewordenen instinkten die sich aus den antrieben auskristallisieren und in handlungen der welt ausgesetzt an ihr ausgelesen werden anhand solcher anleitungen lassen sich nicht nur ungleiche soziale arbeitsteilungen legitimieren jeder kleinste baustein sei noch eine tat der sachlich disziplinierten arbeit heißt es an einer stelle weshalb jedes attentat auf die grundlagen dieses systems verhindert werden muss solche anleitungen liefern auch die versatzstücke heutiger selbst optimierungskonzepte gehlens theorie hatte wesentlichen einfluss auf die aufstrebende soziologie der frühen bundesrepublik insbesondere auf den selbst in den nationalsozialismus verstrickten helmut schelsky arnold gehlen hat die in der mensch angelegte institutionen lehre in urmensch und spätkultur von 1956 weiterentwickelt sein dort sehr weiter institutionen begriff umfasst fast alle sachlichen und symbolischen artefakte von kult und religion über die ehe bis hin zur technik als organ ersatz institutionen ist er überzeugt seien für den bedürftigen menschen unabdingbar um zu überleben und damit grundlegender stabilisator menschlichen daseins und garant der freiheit wenn auch um den preis der entfremdung inbegriff der institution ist für ihn der staat weil der staat zu denjenigen wirklichkeiten gehört die im vorhanden sein im tatsächlichen greifbaren nicht aufgehen sondern die das ideelle enthalten das objektive geistige und nur durch seine konkretion begreifbare bekennt er in seiner antrittsrede 1933 für den lehrstuhl in leipzig den nationalsozialisten schlägt er vor staat und philosophie in ein fruchtbares verhältnis zu bringen doch in der moderne so gehlens mantra seit den 60er jahren seien die institutionen von zerfall bedroht ausgehöhlt vom werteverlust und zerrieben zwischen den superstrukturen der weltgesellschaft sie hätten die ihnen jeweils inhärente ethik etwa die des militärs aufgegeben zugunsten nicht entlastender ordnungskräfte in kritischen kulturepochen wie dem spätkapitalismus epochen der gesellschaftlichen kristallisation wie gehlen es nennt bildeten sich wert entleerte zweckhafte anpassungsprofile und verhaltensweisen aus schnittpunkt existenzen und funktionsträger übernehmen das regiment dabei ist gehlen überzeugt dass diese entwicklung nicht umkehrbar ist und die aufgabe der kultur kritik nicht im traditionsprotest besteht doch in scharfer konfrontation mit der studentenbewegung und in ablehnung aller demokratisierungsbestrebungen geißelt gehlen die gesinnungs ethische moralhypertrophie und den humanitarismus jene überdehnte hausmoral wie er in moral und hypermoral schreibt die die staatliche ordnung unterminiere die zur ethischen pflicht gemachte unterschiedslose menschenliebe die das familiale ethos in die großen rationalen geschäfte überträgt lehnte er als verantwortungslose gefühlsduselei ab in dieser kampfschrift ist auch von der ideologie vom guten menschen die rede inkarniert in der figur des krittelnden intellektuellen vorlage für den heute abfällig gebrauchten begriff des gutmenschen mit den hier angedeuteten kulturkritischen bestandsaufnahmen und der anthropologisch inspirierten aber politisch gedachten konservativen ordnungspolitik fand arnold gehlen in der nachkriegszeit als gefragter redner und essayist und als beirat in unternehmernahen stiftungen breite resonanz und er hatte wegweisende adepten aus der jüngeren generation allen voran armin mohler dieser widmete den ersten leitartikel in kritikon einem 1970 gegründeten frühen umschlagplatz für rechte publizistik gehlends moral und hypermoral und nahm ihn zum anlass gegen die verwaschenheit und linker rhetorik zu polemisieren die auflösungserscheinungen in staat und gesellschaft heißt es dort nehmen so überhand dass die gegenwehr organisiert werden muss und zwar vor allem auch geistig rechte rezeption anti rousseau für die gegnerbekämpfung in dieser form der geistigen gegenwehr nehmen auch molars ideologische nachfahren die wegmarke gehlen in besitz wenig verwunderlich ist es karl-heins weissmann der seine dünne gehlen hommage ab 2004 im rechten publizistik lager einem geneigten publikum andient unter dem stichwort die heroische existenz des geistigen legt er im januar 2004 der leserschaft der jungen freiheit die wiederentdeckung gehlends ans herz in einem gastbeitrag für die sezession fährt er gehlen auf um ihn als gegner eines nun globalen humanitarismus in stellung zu bringen das buch der wahl ist moral und hypermoral auf das in der folgezeit auch andere autoren bezug nehmen wobei weissmann zumindest in der jungen freiheit gleich eine umfassende einführung in gehlends werk mit liefert das leben des soziologen ist dem autor belegt dafür dass es auch eine heroische existenz im geistigen geben kann die sezession wiederum nutzt weissmann bis 2011 als plattform um restbestände seiner gehlen monografie aufzubereiten auch götz kubitschek zelebriert im entsprechenden schwerpunkt heft der sezession sein gehlen erlebnis es ist erhebend seine gedanken zu begreifen mit gehlen hebt er seinen neuen gewährsmann aufs schild habe die politische rechte jenen anti russo den sie für ihre gegnerbekämpfung eigentlich so dringend benötigt er rühmt die institutionenlehre gehlends die dem menschen abspreche in jeder situation sachgerecht zu handeln und deshalb eine außen stabilisierung im sinne der institutionellen organisationen erfahren müsse was hier aufgeworfen wird sind die fragen der grenzen der freiheit des einzelnen vor den ansprüchen des ganzen nach erziehungsmodellen hierarchien verboten nach der disziplinarmacht und der gefahr der erstarrung den institutionen allerdings wohne bereits die tendenz zu ihrem verfall inne weshalb eine rein konservative kulturkritik ins leere gehe und kubitschek zitiert den immer wieder aufgerufenen passus aus moral und hypermoral über den staat seit der antike bezeichnet das wort ein gebilde dessen sinn letzten endes nur als rational organisierte selbsterhaltung eines geschichtlich irgendwie zusammengekommenen zusammenhangs von territorium und bevölkerung bestimmt werden kann es ist die bedeutendste geschichtliche leistung einer nation sich überhaupt als eine so verfasste geschichtliche einheit zu halten und den deutschen ist es nicht geglückt damit sind die markierungspunkte gesteckt an denen entlang sich die künftige rechte gelenrezeption entlang hangelt antiliberaler affekt anti individualismus autoritär disziplinierende außenleitung leistungs ethos und das primat der nation unter ablehnung aller superstrukturen gefeiert wird gelen aber auch als theoretiker der kälte dessen blick unbestechlich die wärmestuben des liberalismus samt ihrer moralhypertrophie entlarvt ab 2010 ist gelen im rechten diskurs offenbar so weit verankert dass er nunmehr als publizistischer stichwortgeber in dienst genommen werden kann gleichgültig ob es um die zukunft deutschlands einwanderungspolitik das militär oder sogar genderfragen und kopftuch mädchen geht zusammen mit dem österreichischen identitären martin lichtmess und mit eric lehnert geschäftsführer des instituts für staatspolitik puzzelt sich diese recht elitär und elaboriert auftretende gelen gemeinde einen theoriebaukasten zusammen der sie einerseits anschluss fähig macht an die mainstream diskurse mittels eklektizistischer lesarten gleichzeitig aber auch das liberale lager provoziert mit der aufnahme arnold gehlens in das von lehnert und weissmann herausgegebene staatspolitische handbuch hieven die neu rechten ideologen den konservativen denker endgültig in ihren olymp auch einzelne vertreter der afd entdecken arnold gehlen für sich mark jongen philosoph und ehemaliger assistent von peters lotterdeich in karlsruhe und seit 2017 bundestagsabgeordneter der afd bringt gehlen ins spiel wenn er gegen das 68er verseuchte deutschland interveniert die asyl und ausländerpolitik der merkelregierung geißelt und gehlens extremismus der ordnung als waffe gegen die gesellschaftliche destabilisierung gezückt sehen will es darf allerdings bezweifelt werden dass ein fanatiker der ordnung wie es arnold gehlen tatsächlich war sich gerne hätte von leuten einverleiben lassen die selbst nichts anderes im sinn haben als zu destabilisieren gleichgültig ob er mit dem liberalen grundkonsens der bestehenden ordnung einverstanden war gegneranalyse ist ein projekt des zentrum liberale moderne diesen und weitere texte finden sie auf gegneranalyse de die Untertitelung des ZDF, 2020